Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Die echten Kosten von Wind und Solar seien 36,7 Cent pro Kilowattstunde. Und das wäre viel mehr, als wir für Atomstrom rechnen müssten. Diese Aussage machte mein Namensvetter von Outdoor Kimgau in einem seiner letzten Videos und da er so nett nach einer Reaktion fragte... Denn diese Zahlen muss man einfach so rechnen. Ich bin auf die Diskussionen jetzt unter dem Video gespannt. Und ich weiß jetzt schon, dass es wieder Reaktion-Videos oder sowas gibt. Uh, ich fürchte mich. Aber es sind halt einfach mathematische Zahlen. Ihr habt die Quellen alle gesehen, das sind alle seriöse Quellen. Also, wenn ich mich verrechnet habe, sagt es mir gerne. Aber ich habe es mehrfach nachgerechnet. Ich glaube es leider nicht. Machen wir also eine Gegenrechnung. Frei von politischen Statements, nur simple Zahlen und Fakten. Ich nutze dazu natürlich überwiegend Stefans Quellen. Die Datenbasis ist also die gleiche. Trotzdem komme ich, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, zu komplett anderen Ergebnissen. Schaut euch beide Rechnungen an und entscheidet selbst, welche euch plausibler erscheint. Es beginnt mit den sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Darunter versteht man Eingriffe der Netzbetreiber, um die Netzstabilität sicherzustellen. Wir müssen bei jedem Verbraucher zu jeder Zeit die benötigte Menge Strom zur Verfügung stellen, sonst bricht unser derzeit noch viel zu speicherloses Netz zusammen. Zu viel Strom im Netz ist aber auch kontraproduktiv. Die berüchtigten Braun- oder gar Blackouts drohen. Um das zu verhindern, gibt es unter anderem besagte Redispatch-Maßnahmen. Inzwischen leider schon zum Klassiker geworden ist eine zu hohe Windstromproduktion im Norden, die auf unterdimensionierte Kabel im Süden trifft. Da kann es dann sogar zu einem doppelten Redispatch kommen. Windräder werden abgeregelt und Kraftwerke im Süden hochgefahren, weil der Strombedarf doch gestiegen ist. Schauen wir mal an, was Stefan dazu sagt. So Leute, wir starten natürlich mit dem, was ich ganz klipp und klar die Erneuerbaren zuschreiben muss. Das sind die sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Habe ich ja letzte Woche erst ein Video dazu gemacht. Die müssen natürlich eingerechnet werden, weil bevor das ganze Wind und Solar begannen war, hat man sechs bis zehn Eingriffe ins Stromnetz und jetzt hat man im letzten Jahr 12.633 Tendenz leider steigend. Die Maßnahmen sind also klipp und klar den Erneuerbaren zuzuschreiben und sowohl Eingriffe als auch Kosten dafür steigen. Nun werfen wir dazu einen Blick in den Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur. Dort finden sich die folgenden Einträge. Durch die Novelle des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes im NABEC 2.0, ich liebe den deutschen Akufi, werden die Regeln für Redispatch und Einspeisemanagement geändert. Die Regelungen zum Einspeisemanagement von erneuerbaren Energieanlagen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wurden aufgehoben und in den Redispatch einbezogen. Diese Umstellung auf Redispatch 2.0 hat eine Veränderung des Meldeverfahrens und demzufolge der Auswertesystematik zur Folge. Erstmalig in diesem Gesamtjahresbericht sind die Anpassungen der Wirkleistungseinspeisung von erneuerbaren Energien und die damit verbundenen Kosten Bestandteile der Redispatchmengen und Kosten. Und auf der nächsten Seite lesen wir Gegenüber dem Jahr 2020 ist er im Zuge der Umsetzung des Redispatch 2.0 von einigen Netzbetreibern durchgeführte bilanzieller Ausgleich von abgeregelten EE-Anlagen. Dieser führte im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg der Mengen für das Hochfahren von Kraftwerken, die als positiver Redispatch ausgewiesen werden. Es handelt sich hierbei jedoch um einen gewollten Effekt. Und weiter heißt es, Im Zielmodell des Redispatch 2.0 kümmert sich hingegen der Netzbetreiber um einen gezielten bilanziellen Ausgleich, auch zugunsten abgeriegelter EE- und KWK-Anlagen. Diese Umstellung steigert die volkswirtschaftliche Gesamteffizienz und senkt die Kosten für den finanziellen Ausgleich von EE- und KWK-Anlagen, führt jedoch zugleich zu einem Anstieg der sichtbar ausgewiesenen Redispatchmengen. Zumindest ein Teil des sprunghaften Anstiegs von 8.600 auf 12.600 Eingriffe geht also einfach nur darauf zurück, dass eben diese Eingriffe bei den EE jetzt nicht mehr gesondert, sondern ebenfalls bei den Redispatchen erfasst werden. Dies geschieht erst seit Oktober 2021 und wirkt sich so mit dem 2022 erst so richtig aus. Ja, die Redispatchmaßnahmen werden mehr und ja, da tragen auch die Erneuerbaren zu bei. Der Sprung von 2021 zu 2022 hat aber eher bilanzielle Ursachen. Und wie ist das mit den explodierenden Kosten? Der andere Stefan hat auch in einem weiteren Video über einen Anstieg um 85% berichtet. Ja, diese 85% von 2,3 Milliarden auf 4,2 Milliarden gibt es. Der Hauptgrund ist aber weniger, den Erneuerbaren zuzuschreiben, denn im nächsten Absatz des Monitoringberichtes heißt es, die vorläufigen Einsatzkosten für Redispatchmaßnahmen mit konventionellen Anlagen belaufen sich im Gesamtjahr 2022 auf rund 1,9 Milliarden Euro. 2021 waren es 594,5 Millionen. Der Anstieg der Kosten um gut 221% ist dabei einerseits auf den mengenmäßigen Anstieg der Maßnahmen sowie andererseits hauptsächlich auf die stark gestiegenen Brennstoffpreise Kohle, Gas und Öl zurückzuführen. Insgesamt stieg es um 1,9 Milliarden und allein 1,3 Milliarden kamen durch konventionelle Kraftwerke und Putins Energiekrieg. Ja, Moment, ist doch egal, da die Redispatches ja eh alle wegen der doofen Erneuerbaren nötig waren. Ist dem tatsächlich so? Lesen wir weiter im Monitoringbericht. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Maßnahmenvolumen um rund 19% gestiegen. Gesamtjahr 2021 27.523 Gigawattstunden, jetzt sind es fast 33.000. Ursächlich für das weitere hohe Volumen war eine Überlagerung weiterer Effekte. Im ersten Quartal 2022 kam es zu zwei langen Niedrigwasserperioden. In dieser Zeit konnten aufgrund der niedrigen Pegelstände des Rheins die Kohlentransportschiffe nur mit reduzierter Transportkapazität Kohle befördern. Dies führte zu einer eingeschränkten Betriebsbereitschaft von mehreren Kraftwerken in Süddeutschland. Durch die Nichtverfügbarkeit von Kraftwerken im Süden gab es eine generell höhere Nord-Süd-Auslastung der Transportleitungen und dadurch einen zusätzlichen Bedarf an Redispatch. Irgendwie seltsam, finde ich. Die Erneuerbaren, die ja helfen sollen, den Klimawandel zu bremsen, sollen jetzt Schuld daran sein, dass Flüsse durch eben diesen Klimawandel austrocknen und die Waren schuldigen, nämlich unter anderem die Kohlekraftwerke, nicht mehr genug Brennstoff bekamen? Hm, andersrum wird eher ein Schuh draus. Hätten die im Süden nicht Südlung so lange torpediert oder stattdessen die Erneuerbaren massiv selber ausgebaut, hätten weniger sündteure Gaskraftwerke die Mangellage bei den Kohlekraftwerken ausgleichen müssen. Für diese Redispatches sind die Energiewende Gegner verantwortlich, nicht die Erneuerbaren. Alle Redispatchkosten den EE zuzuweisen ist also eine komplett falsche Berechnungsgrundlage. Und auch wenn die Atomkraftwerke noch gelaufen wären, mal abgesehen davon, dass deren Abschaltung lange vor dem intensiven Ausbau von Wind und Solar beschlossen wurde, helfen auch die eher nix, wie der nächste Redispatchgrund zeigt. Niedrige Kernkraftwerksverfügbarkeiten in Frankreich hatte hohen Stromexorte nach Frankreich zur Folge und führte zur Verschärfung der Ost-West-Lastflüsse. Aha, der angeblich heilige Gral der Energiewende Gegner, die angeblich so tollen AKW, führten bei uns zu einem erhöhten Redispatchbedarf? Wie sich hier eine Verantwortung der Erneuerbaren für den Altatomschrott in Frankreich konstruieren lässt, müsste uns Stefan mal erklären. Übrigens nur so am Rande, die mussten gerade schon wieder gedrosselt werden, da die Flüsse in Frankreich schon wieder zu warm waren, um das heiße Wasser der AKW noch zusätzlich aufnehmen zu können. Zudem machen sich die Franzosen gerade große Sorgen um ihren Urannachschub, da das zu großen Teilen aus dem Niger kam und derzeit niemand sagen kann, wie es dort nach dem Putsch wohl weitergeht. So die wirkliche Lösung in Zeiten der globalen Erwärmung und geopolitischen Veränderungen scheinen AKW nun auch nicht zu sein. Es sei denn, man baut zusätzlich noch für ein paar Milliarden riesige Seen und Uranläger daneben. Könnte nur bei unserer Besiedlungsdichte etwas schwierig werden und es geht weiter mit AKW. Abschaltung des Kernkraftwerks Gund-Remmingen C am 31.12.2021 führte zu einer starken Auslastung der Transportleitung im Süden Württembergs und Bayerns in Ost-West-Richtung und hatte vermehrten Redispatch-Einsatz in der Transnet-BW-Regelsohle zufolge. Schon wieder die Ost-West-Richtung, diesmal innerdeutsch. Es musste also aus Bayern, vermutlich auch Isar 2, Strom nach Bavü geschürfelt werden, da die nicht mal in der Nähe der Ausbauziele der Erneuerbaren sind. Wie jetzt zu wenig gebaute Wind- und Solaranlagen für diese Kosten verantwortlich sein sollen, will sich mir auch wieder nicht wirklich erschließen. Weiter geht's. Mehrere Sturmtiefs im Februar 2022, so war ein hohes Windaufkommen im April, führten zu einer hohen Windeinspeisung und trugen zum Anstieg der Netzauslastung bei. Das ist der einzige Punkt in dieser Auflistung, den man zumindest teilweise den Erneuerbaren zuschreiben kann. Warum nur teilweise? Ihr erinnert euch an gerade eben, dass wegen der Wassernot im Rhein zu wenig Kohle da war? Tja, genau zu der Zeit gab es im Norden den Windüberschuss und hätten Söder und Co. nicht immer wieder Südlink verzögert, hätte zumindest ein Teil davon in den Süden geschickt werden können und hätte nicht abgeriegelt werden müssen. Ja, ich weiß. Hätte, hätte, Fahrradkette. Es bleibt aber festzuhalten. Eine komplette Zuschreibung aller Redispatch-Maßnahmen zu den Kosten von Wind- und Solarstrom ist schlicht und ergreifend falsch. Ob deren Anteil nun 50, 60 oder 70 Prozent ist, können wir gern diskutieren. 100 ist es aber auf gar keinen Fall. Damit ist natürlich auch die nun folgende Berechnung von Stefan nicht mehr haltbar. Das heißt, im letzten Jahr hatten wir hier Kosten von ca. 4,248 Milliarden Euro. Und wir schauen uns einfach mal an, wie sich das auswirkt. Dazu muss man wissen, wir haben also im Jahr 2022 125 Terawattstunden Wind produziert, On- und Offshore und Solar 55, das heißt miteinander 180 Terawattstunden oder 180.610,012 Megawattstunden laut Smart. Die Kosten, habe ich hier mal hingeschrieben, wären im Durchschnitt 7,5 Cent. Wenn ich die beiden Sachen miteinander kalkuliere. Zu diesen 7,5 Cent kommen jetzt natürlich hier diese 4,2 Milliarden Euro Redispatch-Maßnahmen dazu. Die wirken sich so auf, dass quasi jetzt nicht mehr 7,5 Cent sind, sondern es kommen 2,4 Cent mit dazu. Und wir sind bei 0,99 Cent. Also jetzt sind wir schon bei fast 10 Cent. Das war Punkt Nummer 1. Die erzeugten Mengen passen so, die habe ich mittels der Smart-Daten auch so ermittelt. Die 7,5 Cent Erzeugerkosten sind zwar eher am oberen Ende der Range, können wir aber lassen. Die komplette Verteilung der Redispatch-Kosten auf nur den Solar- und Windstrom ist, wie eben ausgeführt, nicht richtig. Nur so am Rande bemerkt, habe ich die Milchmädchenrechnung für das erste Halbjahr 2023 auch mal gemacht. Da kommen dann schon nur noch 1,7 Cent raus. Kein Wunder, die Rohstoffpreise haben sich ja wieder etwas beruhigt. 2022 war da definitiv ein Ausnahmefall. Schlagen wir also für unsere rein fiktive Rechnung 1,5 Cent auf die 7,5 Cent der Erneuerbaren drauf. Auch wenn es eigentlich nicht nötig ist, denn natürlich sind die Redispatch-Kosten in unserer Stromrechnung enthalten. Die sind nämlich Teil der sogenannten Netzentgelte, mit denen die Netzbetreiber nicht nur die Redispatch-Kosten, sondern zum Beispiel auch den Netzausbau bezahlen. Der wird uns im nächsten Kapitel noch recht ausführlich beschäftigen, aber werfen wir doch jetzt schon mal einen kurzen Blick in den Netzentwicklungsplan der Netzbetreiber, den auch der andere Stefan für seine Werte heranzog. Dort findet sich zum Thema Redispatch. Aufgrund des langen Zeithorizonts bis 2045 und den damit verbundenen Unsicherheiten wurden identifizierte Engpässe nicht vollständig durch Netzverstärkungs- und Ausbaumaßnahmen beseitigt. Daher bleibt in den Szenarien ein Redispatch-Volumen in Höhe von 1,5 bis 5,9 Terawattstunden bestehen. Wir hatten in 2022 ein Volumen von fast 33 Terawattstunden. Der NEP plant selbst im Worst Case nach dem Netzausbau nur noch mit nicht mal einem Fünftel. Entsprechend werden natürlich auch die finanziellen Aufwendungen dafür sinken. Es wird also nicht alles teurer durch den Ausbau der Erneuerbaren, auch wenn das im nächsten Kapitel scheinbar erstmal etwas anders aussieht. Gehen wir zum Punkt Nummer 2, sind natürlich, die Netze müssen ausgebaut werden. Wir haben ja gerade hier im Norden sehr viele Windräder, ist ganz klar, weil auch im Norden halt einfach viel mehr Wind geht. Das ist die Windkarte von Deutschland, ich glaube bei 100 Meter. Und da sieht man hier in Bayern ist halt relativ wenig, hier ist es Mittel und hier ist es am meisten. Die Industrie sitzt aber hier im Süden Deutschlands, das heißt, ich muss den Strom ja irgendwo hier runterbringen und deswegen muss ich ganz, ganz viele Leitungen bauen. Stromnetzausbau. Ja, da muss ganz klar noch einiges passieren. Aber warum als Referenz eine knapp 20 Jahre alte Karte vom DVD in 80 Meter Höhe entnehmen? Es gibt doch vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie den Bayerischen Windatlas. Das sind die Bayern übrigens vorbildlich digital. Die dazugehörigen Karten gibt es interaktiv im Internet unter karten.energieatlas.bayern.de. Werfen wir doch mal einen Blick auf eben diese. So sieht dann also diese digitale Karte aus. Das ist hier Bayern jetzt farbig markiert, weil es ist ja der Bayerische Energieatlas, den wir uns anschauen. Und hier habe ich euch jetzt auch schon mal ausgewählt die mittlere Windgeschwindigkeit in 10 Meter Höhe, also knapp über dem Boden. Und wir sehen hier schon in der Legende, die habe ich euch auch eingeblendet, da ist eigentlich nichts, was jetzt wirklich brauchbar ist für eine Windkraftanlage. Wir brauchen mindestens 6 Meter pro Sekunde als mittlere Windgeschwindigkeit, damit so eine Anlage langsam anfängt sinnvoll zu werden. Wechseln wir mal auf 100 Meter Höhe. Und da sehen wir schon, die Farben ändern sich und auch hier die Bereiche ändern sich. Hier haben wir jetzt schon die ersten roten Markierungen, die also über 6 Meter pro Sekunde dann hinausgehen. Also hier gibt es schon die ersten durchaus guten Potenziale. Es gibt auch eine ganze Menge in Gelb, wo man mit Schwachwindanlagen sogar auch schon was machen könnte. Aber wir gehen einfach erstmal nochmal weiter und erhöhen mal noch weiter und nähern uns langsam dann dem Maximum, den diese Karte hergibt, an. Na, wir haben jetzt nochmal 20 Meter erhöht nur. Und hier ist schon deutlich mehr rot geworden. Wir tun mal noch 20 Meter drauf, gehen auf 140 Meter. Und ihr seht, wie langsam, aber sicher, überall es deutlich roter wird und wir eigentlich jetzt sehr viele Bereiche haben, wo wir deutlich über diese 6 Meter pro Sekunde hinweg kommen. 160 Meter, noch eine Höhe. Und jetzt wird hier oben in dem Bereich schon ziemlich viel rot. Und hier sind sogar schon welche Bereiche, die dunkelrot sind, wo wir also jetzt um die 7 Meter pro Sekunde schon sicher haben. Gerade an der Grenze hier oben zu Thüringen, das müsste auch ein Stück Rest Rhön sein. Auch hier nach Sachsen rüber bzw. nach Tschechien rüber, da geht jetzt schon einiges. Erhöhen wir mal noch auf 180 Meter. Ja, 180 Meter sind dann schon ganz nett hohe Türme, aber ihr seht es. Langsam aber sicher gibt es hier nur noch so einzelne Regionen, die so Asterix- und Obelix-mäßig nicht viel bringen. Das sind natürlich hier diese Regionen dann im Alpenbereich, die halt im Windschatten der Alpen liegen. Aber ansonsten, hier oben wird es inzwischen schon tiefrot. Hier haben wir also richtig gute Geschichten. Und jetzt gehen wir mal auf 200 Meter. Das ist das Höchste, was diese Karte hergibt. Und jetzt seht ihr hier oben, es sind richtig, richtig gute Windkraftmöglichkeiten gegeben. Und hier auch in dem mittleren Bereich ist eigentlich super gut windbaubar in Bayern. Und selbst hier unten im Süden, da ist es jetzt nicht ganz so prickelnd, aber auch das ist alles in Bereichen, wo man wunderbar Windenergieanlagen bauen kann. Und wir können mal eben hier oben ein bisschen reinschauen, wenn wir uns so einzelne Flecken angucken. Hier haben wir 7,14 Metern als durchschnittliche Windgeschwindigkeit oder mittlere Windgeschwindigkeit. Hier haben wir 9,8. Das ist super, um Wind zu bauen. Hier in dem Bereich Richtung Rhön. 8,29, 8,29, 9,97 Meter pro Sekunde. Also da kann man wunderbar, kann man da oben, kann man auch in Bayern wunderbar Windenergie bauen. Und wir können uns auch noch was anderes anschauen. Wir können uns auch noch mal den prognostizierten Standortertrag anschauen. Und ich gehe jetzt hier gleich auf 200 Meter Höhe, weil wir werden in Bayern etwas höher werden müssen. Und dann seht ihr hier dann auch, wir nehmen mal die Windgeschwindigkeit raus, dann ist die Legende nicht so unübersichtlich. Und ihr seht dann hier, da ist eine ganze Menge in den Bereichen, die so mindestens 1300, 1400 Megawattstunden pro Jahr leisten, bringen können. Also da ist ausreichend Windpotenzial auch in Bayern vorhanden. Und man muss halt nur die richtigen Standorte sich auswählen. Und wie schon gesagt, da ist das Land Bayern sehr weit mit dieser Karte. Man kann hier wunderbar sich einzelne Standorte raussuchen und kann dann auch ertragreiche Standorte finden. Das ist schon einiges, was da in Bayern geht. Was heißen diese Zahlen und Einfärbungen nun konkret, besonders wenn wir sie mit Norddeutschland vergleichen? Es wird ja gern mal die Behauptung aufgestellt, in Bayern könnte man pro Anlage maximal die Hälfte dessen an Strom ernten, wie wir hier in Schleswig-Holstein. Lassen wir zur Klärung dieser Frage doch einfach nochmals das Bayerische Wirtschaftsministerium zu Wort kommen. Im als PDF verfügbaren Windatlas heißt es. Aufgrund der teils sehr komplexen Topografie in Bayern stechen einige Landschaftsräume mit sehr guten Windverhältnissen hervor und können durchaus mit norddeutschen Standorten mithalten. Oh, hört, hört. Dies sind vor allem die Landschaftsräume Rhön und das thüringisch-fränkische Mittelgebirge in Nordbayern, welche in den Höhenlagen eine Standortgüte von mehr als 90 Prozent. Eine gekappte mittlere Windleistungsdichte von über 350 Watt pro Quadratmeter sowie Windgeschwindigkeiten um 7,5 Meter pro Sekunde aufweisen. Die Landschaftsräume Fränkisches Kölper, Liasland und Mainfränkische Platten weisen vor allem in den orographisch höher gelegenen Gebieten, zum Beispiel Steigerwald und Frankenhöhe, gute Windverhältnisse mit einer Standortgüte von mehr als 80 Prozent. Eine gekappte mittlere Windleistungsdichte von über 300 Watt pro Quadratmeter sowie Windgeschwindigkeiten oberhalb von 6,5 Meter pro Sekunde auf. Ähnlich gute Windverhältnisse sind in der Fränkischen Alb, dem Odenwald, dem Spessart und den höheren Lagen des Oberfelser Waldes vorzufinden. Aufgrund der höheren und exponierten Orographie im Nordwesten der Fränkischen Alpen nehmen die Windverhältnisse nach Südosten hin ab. Eine Standortgüte von 65 bis 75 Prozent, eine gekappte mittlere Windleistungsdichte von über 200 Watt pro Quadratmeter bis 280 Watt pro Quadratmeter sowie Windgeschwindigkeiten zwischen 5,8 Meter pro Sekunde bis 3,6 Meter pro Sekunde werden für die Landschaftsräume unter Bayerisches Hügelland, Isar-Innen-Schotterplatten und Donau-Iller-Lech-Platten erreicht. In allen zuvor beschriebenen Landschaftsräumen können sich die Windverhältnisse mit der Höhe über Grund verbessern. Kurz, was diese Standortgüte eigentlich beschreibt. Sie vergleicht eine im EEG festgeschriebene Referenz-Windkraftanlage mit dem jeweils gewählten Standort. Bei 100 Prozent ist also der Referenzwert erreicht, über 100 erzeugt die projektierte Anlage mehr, unter 100 entsprechend weniger. Allgemein gilt als Faustregel, dass sich Anlagen über 80 Prozent immer selbst tragen. Es gibt also durchaus auch in Bayern sehr geeignete Standorte. Die Anlagen müssen halt nur deutlich höher werden als bei uns im Norden. Die ersten 300-Meter-Türme sollen demnächst getestet werden. Ich schätze mal, im Süden der Republik wird es sich bei 250 bis 300 Metern im Schnitt einpendeln. Ich weiß, dass sich nun wieder einige aufregen werden, dass Windräder eh schon schrecklich wären und solche Riesendinger überhaupt nicht gingen. Das ist aber heute gar nicht das Thema. Es lassen sich auch in Bayern noch einige gut windhöfige, so ist der Fachterminus, Standorte finden. Die Aussage, dass der meiste Windstrom aus dem Norden in den Süden muss, lässt sich so absolut eigentlich gar nicht halten. Aber gebaut werden muss natürlich trotzdem, da gibt es von mir keinerlei Widerspruch. Über die Gründe reden wir gleich noch. Stefan nimmt zur Bestimmung der Kosten die Daten aus dem bereits erwähnten Netzentwicklungsplan. Da der, wie er völlig richtig sagt, von den Leuten aufgestellt wurde, die wissen sollten, was sie vorhaben. Hierzu gibt es den Netzentwicklungsplan Strom. Dieser wurde gemacht von den Übertragungsnetzbetreiber, also die Leute, die sich damit auch auskennen, muss man mal sagen. Das muss also alles gebaut werden. Und es kostet natürlich, und Leute, das kostet richtig viel. Ich habe euch das ja schon mal vorgestellt, deswegen gehen wir drüber. Trassenkilometer sind insgesamt 21.000 Kilometer, die gebaut werden müssen. Und das sind 209,6 Milliarden Investitionsvolumen bis ins Jahr 2037. Also wir reden von nicht ganz 15 Jahren. Wenn ich jetzt diese 209 Milliarden aufs Jahr umrechne bis 2037, sind das knapp 14 Milliarden. Das heißt, hier muss ich quasi eigentlich nur mal das Gleiche dazurechnen, wie die Stromgestehungskosten sind. Hier sind 7,7 Cent dazu und wir befinden uns bei 17,6 Cent. Der Ansatz, die Kosten über den gesamten Zeitraum zu verteilen, macht durchaus Sinn. Da ja ständig gebaut werden muss und wir nicht am Ende eine einzige Monsterbaustelle haben werden. In einem Jahr werden vielleicht ein paar Leitungen gebaut, im nächsten Umspannwerke und so weiter und so fort. Verteilen wir also die 209 Milliarden für den Netzausbau bis 2037 auf 15 Jahre, so kommen die besagten 13,933 Milliarden pro Jahr raus. Hm, die Planung ist doch eigentlich, dass wir bis 2045 Netz-Zero bei den Emissionen sein wollen und somit dort der Ausbau abgeschlossen sein sollte. Warum also nicht die Werte für eben diesen Endausbau nehmen? Die stehen ja auch im NEP, eine Tabelle drunter. Es sollen bis dahin 251,3 Milliarden verbaut werden. Das sind dann Inkel diesen Jahres noch 23 Jahre. Das ergibt 10,926 Milliarden pro Jahr, mithin 3 Milliarden weniger, als wenn wir den 2037er-Plan heranziehen. Ich überlasse euch die Bewertung, warum die 2037er-Zahlen verwendet wurden, werde im Weiteren aber die 2045er nehmen. Der nächste Rechenschritt ist nun aus meiner Sicht vollkommen falsch. Er verteilt die Kosten des ersten Jahres auf den Verbrauch eben diesen Jahres. Das hat mit einer kaufmännischen Kostenkalkulation in mehrerer Hinsicht herzlich wenig zu tun. Und ich erkläre euch warum. Wir betrachten dafür einen Bäcker, dessen altes Gebäude die besten Jahre hinter sich hat, weswegen er nun einen Neubau plant. Wie viel teurer müssen seine Brote nun werden, damit er die Kosten für den Bau irgendwann wieder drin hat? Eine kalkulatorische Vollkostenrechnung bei einem Investitionsgut besteht immer daraus, eine gewünschte Nutzungsdauer festzulegen und zu ermitteln, wie viele Güter oder Einheiten unseres Produktes in dieser Zeit hergestellt, weiter bearbeitet oder durchgeleitet werden können. Dabei nehmen wir an, dass es am Ende der Nutzungszeit auch komplett am Ende ist. Läuft es länger weiter, ist ja schön, denn dann haben wir Reingewinn, geht es früher kaputt, legen wir drauf. Das nennt sich dann halt unternehmerisches Risiko. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er inklusive Verzinsung 5 Millionen Euro ins Gebäude investiert und in dem eine Million Brote pro Jahr backen kann. Wichtig, wir reden nur über das nackte Gebäude, also keine Öfen, keine Ladentheken, kein gar nichts, also quasi die reine Infrastruktur. Sagen wir, der Bau hält 50 Jahre. Dann kann er also 50 Millionen Brote backen. Die Investitionskosten waren 5 Millionen. Also braucht er einen kalkulatorischen Aufschlag von 10 Cent pro Brot, damit sich das Gebäude letztlich selber trägt. Natürlich wird er noch etwas draufschlagen, zum Beispiel für Wartungen, Versicherungen und Rücklagenbildung, auch wenn man Fenster kaputt geht oder am Dach was ist. Dann liegt er bei, sagen wir, 11 Cent pro Brot. Bei Stephans Rechnung würde er die gesamten Baukosten im ersten Jahr auf die Brote umlegen und müsste die dann um 5 Euro pro Stück teurer machen. Im nächsten Jahr würde er sich dann zwar theoretisch dumm und dusselig verdienen, allerdings schätze ich eher, der Wettbewerb würde sich ob diesen kaufmännischen Fauxpas sehr freuen und wir bekämen eine weitere Pleitemeldung. Wir müssen zur realen Investitionskostenkalkulation immer die geplante Nutzungsdauer berücksichtigen, sonst kommen wir zu völlig falschen Werten. Wie lang mag die aber bei unserer Strominfrastruktur sein? Nun, Stephan selbst gibt an einem Kommentar einen Hinweis. Dort antwortete er sinngemäß, für die Atomkraft müsste man nix bauen, das ging ja schließlich auch die letzten 50 Jahre ohne. 50 Jahre erscheint mir fast zu wenig für solche Monsterinfrastrukturprojekte, aber nehmen wir die ruhig an. Wir verteilen also die 10,926 Milliarden jährliche Baukosten auf 50 Jahre und bekommen im ersten Jahr Kosten von 218 Millionen 521.000 Euro. Im letzten Entwicklungsplan ist von Investitionsvolumen die Rede, also schlage ich noch sicherheitshalber 10 Prozent für Wartung und Verzinsung und Co. pro Jahr drauf. Dann sind wir bei 240 Millionen 374.000 pro Jahr. Diese teilen wir jetzt durch unsere 180 Terawattstunden aus Wind und Solar und erhalten einen Betrag von 0,13 Cent pro Kilowattstunde, was ziemlich gewaltig unter den 7,7 Cent von Stephan liegt. Ja Moment, dann müssten es aber doch im nächsten Jahr mehr kosten, während da ja weitergebaut wird. Ja, das stimmt. Es ändert sich aber auch noch etwas. Kehren wir zu unserem Bäcker zurück. Der hat mit seinem neuen Gebäude so viel Erfolg, dass er beschließt, gleich im nächsten Jahr noch mal so viel anzubauen. Wieder gibt er 5 Millionen aus. Er müsste somit auch seinen Brotpreiszuschlag auf 20 Cent pro Brot erhöhen. Oder eigentlich 22. Oder nein, eigentlich eher nicht, denn er hat jetzt ja auch die doppelte Produktionskapazität. Wird die Investition also nur dann tätigen, wenn er glaubt, doch doppelt so viele Brote verkaufen zu können. Sonst wäre das Geld komplett sinnlos verpulvert. Ganz ähnlich sieht das auch bei unserem Netzentwicklungsplan aus. Laut dem steigt unser Strombedarf in den nächsten Jahren rapide an. Warum soll das so sein? Wir haben doch dank Effizienzmaßnahmen seit vielen Jahren eher sinkende Stromverbräuche. Ja, das ist richtig. Aber wir wollen oder sollen bis 2045 ja CO2-neutral sein. Das heißt, ganz viel, was derzeit noch auf fossiler Energieversorgung beruht, muss auf elektrisch umgestellt werden. Der NEP sieht zum Beispiel gut 630 Millionen E-Autos und 16 Millionen Wärmepumpen vor. Dazu muss ja auch noch die Industrie versorgt werden. Man kann jetzt trefflich drüber streiten, inwieweit das überhaupt erreichbar ist. Aber die Basis unserer Berechnungen ist nun mal der Netzentwicklungsplan. Also nutze ich auch dessen Werte. Der beschreibt für 2045 drei Szenarien. Eines mit einem recht hohen Wasserstoffanteil, eins mit mehr direkten, aber effizientem Stromverbrauch und weniger Wasserstoff und eines mit ineffizienten Verbrauchern und ebenfalls weniger Wasserstoff. Rechnen wir am folgenden mit dem mittleren Szenario, das für 2045 einen Strombedarf von 1106 Terawattstunden vorhersagt. Jetzt sind diese ganzen Einheiten Megawatt, Gigawatt, Terawatt wahrscheinlich für viele, die sich nicht so intensiv mit den Themen beschäftigen, schwer greifbar. Rechnen wir die 1106 Terawattstunden also mal um. Und zwar in einer Einheit, von der manch einer ja behauptet, es wäre eine bessere Möglichkeit, CO2-neutral zu werden. Ja, tatsächlich. Ich rede von Atomkraftwerken. Wir reißen also alle Windräder ab, demontieren die Solaranlagen und verschrotten auch alle anderen Kraftwerke und bauen stattdessen neue AKW. Da gilt, zumindest hier in Europa, DREPR als das modernste, was wir zu bieten haben. Die Entwicklung von den Dingern geht zwar in die 90er Jahre eines längst vergangenen Jahrtausends zurück, wirklich zeitgemäß ist also anders, aber da alle in Europa derzeit im Bau befindlichen AKW auf solch uralt Konstruktionen fußen, müssten wir wohl damit leben. Wie viele davon bräuchten wir aber nun? Der einzige EPR, der schon lange genug läuft, um eine Jahreserzeugung aufweisen zu können, ist der in Taishan in China. Da produzierte einer der 1660 Megawatt-Reaktoren in 2020 insgesamt 12,5 Terawattstunden Strom. Wenn wir also unseren für 2045 geplanten Stromverbrauch von 1106 Terawattstunden nur mit AKW decken wollen, bräuchten wir mindestens 89 davon. Da bei einer solchen Menge immer ein paar in Wartung sind, Brennelemente gewechselt werden müssen, die kühlenden Flüsse zu warm sind oder zu wenig Wasser führen oder, 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 bräuchten wir wohl so um die 100 davon. 100 neue Atomkraftwerke in Deutschland. Und wenn wir welche mit 2 Meilern bauen, von mir aus auch nur 50. Mal davon abgesehen, dass ich gar nicht wüsste, wo die alle hin sollen, gibt es da auch ein klitzekleines weiteres Problemchen. Wir sprachen ja gerade von 251,3 Milliarden für den Netzausbau. Was schon eine Mördersumme ist. Was würden uns denn die 100 AKW kosten? Schaut man sich die letzten EPR hier in Europa, also Ockeluto, Flamonville und Hinkler Point C an, so liegen wir bei um die 16, 17 Milliarden pro EPR-Block. Bei 100 davon reden wir also über 1,6 bis 1,7 Billionen Euro. Jetzt wird manch einer sagen, das wäre viel zu hoch, wir könnten ja auch 6 oder 8 von den alten wieder anfahren. Mal abgesehen davon, dass es dazu nur eine Studie einer Atomlobby-Organisation gibt, dass dies überhaupt ginge, würden uns die Dinger eigentlich gar nichts bringen. Die waren auf 40 Jahre Laufzeit geplant und entwickelt, müssten also spätestens 20, 28 e vom Netz. Man könnte nun ein paar Milliarden reinstecken, wie es die Belgier machen, um nochmal 10 Jahre rauszukitzeln. Dann wären wir in 2038. Für unsere 45er Ausbauziele brächten sie uns weiterhin genau gar nichts. Also auch unter diesem Gesichtspunkt macht es keinerlei Sinn, die wieder anzufahren. Nun aber zurück zur Kostenabschätzung der Erneuerbaren. Wir hatten ja begonnen, die jährlichen Baukosten auf die Nutzungsdauer von 50 Jahren umzulegen. Wir haben also ab dem letzten Baujahr 2045 bis 2073, dann ist nämlich der erste 50-Jahres-Zeitraum abgelaufen, in Summe 5,528 Milliarden pro Jahr, die nun auf den verbrauchten Strom zu verteilen sind. Wir verteilen die nun aber logischerweise nicht auf die 180 Terawattstunden, die 2022 erzeugt wurden, sondern auf die 1106 Terawattstunden, die nach Plan 2045 und folgende rein regenerativ erzeugt werden sollen und kommen dann auf einen Kilowattstunden Kostenanteil für den Netzausbau von 0,45 Cent. Hey Moment, das heißt aber dann doch, dass es durch die Erneuerbaren zu einer Kostensteigerung kommt. Scheinbar ja, von 0,13 auf 0,45 Cent. Aber erinnert euch bitte an das vorherige Kapitel zurück. Durch den Netzausbau sinken auch die Redispatchkosten sehr stark. Rechnen wir das doch auch nochmal näherungsweise durch. Wir hatten in 2022 4,2479 Milliarden Kosten bei 32.772 eingesetzten Gigawattstunden macht also 129.619,8 Euro pro Gigawattstunde. Unterstellen wir die gleichen Kosten in 2045, so haben wir statt der über 4 Milliarden nur noch 764.756.000 an Redispatchkosten, die sich dann ja auch noch auf unsere 1106 Terawattstunden verteilen. Da bleiben dann ganze 0,07 Cent pro Kilowattstunde. Redispatch und Netzausbau in Summe erhöhen also unseren 2022er Strompreis um ca. 2,13 Cent und beim 2045er Endausbau ist es mit 0,52 Cent nahezu komplett zu vernachlässigen. Das auch noch aus einem ganz anderen Grund. Selbst wenn man tatsächlich postulieren wollte, dass wir statt in Erneuerbare in die Vergangenheit zurückkehren und Atomkraftwerke bauen, werden nicht alle Menschen so rückständig sein und trotzdem weiter E-Auto fahren und Wärmepumpen verbauen. Der Strombedarf wird so oder so steigen und auch für thermische Kraftwerke bräuchte es neue Netze. Im Grunde könnten wir also auch hier noch etwas rausrechnen. Aufgrund der kleinen Summen lassen wir das einfach und gehen zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt, der natürlich dazukommt, das sind die erneuerbaren Energienförderungen dafür. Und die sind nicht wenig. Hier ist das z.B. vom Bundeswirtschaftsministerium. Die haben also quasi für diese Photovoltaikanlagen gab es früher einmal sogar, ich kann mich nur an 53 Cent pro Kilowattstunde erinnern. In der Spitze waren es 2004 sogar 57,4 Cent pro Kilowattstunde. Diese hohen Sätze gab es aber ausschließlich für Photovoltaik. Wind, Biomasse und Wasserkraft hatten immer erheblich niedrigere Sätze. Über die zeitlichen Folgen reden wir gleich noch. Schauen wir uns die Berechnungsgrundlage weiter an. Da wurde es ja immer weniger aktuell. Also 2022 waren es 5,9. Jetzt ist es wieder etwas mehr. Und man sieht aber, das wirkt sich immer noch aus. Im Durchschnitt haben wir hier immer im Jahr 2022 hatten wir eigentlich noch 23,6 Cent pro Kilowattstunde für diese Photovoltaikanlagen, die dadurch gefördert waren. Und das war eine ganze Menge. Wenn ich mir dazu hier diese Pressemitteilung von der Bundesnetzagentur vom 15.10.2021 habe leider keine Neuere gefunden. Es geht aber auch nur ums Prinzip. Hat man insgesamt 239 Terawattstunden quasi an erneuerbarer Energie. Da ist ja Biomasse, Wasser etc. auch noch mit dabei. Und diese wurden mit 33,7 Milliarden Euro gefördert. Klar, jetzt kann man sagen, man hat ja wieder 13,6 Milliarden an der Strömbörse zurückbekommen. Aber das ist ja auch etwas, was wir bezahlen müssen. Das heißt? Wir hatten ja vorhin schon die Berechnung, dass die 180 Terawattstunden mal angenommenen Gestehungskosten von 7,5 Cent eben jene 13,6 Milliarden sind. Das ist zwar eher Zufall, dass es so genau aufgeht, da wir zwei verschiedene Jahre betrachten. Aber natürlich sind die Gestehungskosten bereits in unserer Rechnung berücksichtigt und müssen jetzt rausgerechnet werden. Sonst setzen wir die ja doppelt an. Wir nehmen diese 33,7 Milliarden Euro. Ich habe jetzt mal 75 Prozent angenommen, weil wir haben ja noch 180 Terawattstunden anstatt 239. Also ich habe eher gut gerechnet. Dann sind es im Schnitt für Wind und Solar zusammen immer noch 14 Cent pro Kilowattstunde. Richtig gerechnet haben wir aber nicht 75 Prozent von 33,7 Milliarden, sondern von 20,1 Milliarden, da wir ja, wie eben erläutert, nur den Differenzbetrag rechnen können. Wenn wir die komplett nur auf Wind und Solar verteilen, was streng genommen so nicht stimmt, aber machen wir das ruhig, komme ich nicht auf 14 Cent pro Kilowattstunde, sondern 8,35 Cent in 2022. Und nun heißt es für die Energiewende-Gegner ganz tapfer sein, denn ihr beteiligt euch an dieser Förderung seit 2021 noch intensiver. Nein, ich meine nicht über den Strompreis, sondern den sogenannten Bundeszuschuss. Ich zitiere mal aus dem auch schon von anderen Stefan gezeigten Papier über die Zahlen und Fakten zur EEG-Umlage. Teile der Einnahmen aus der neuen nationalen CO2-Bepreisung, Brennstoffemissionshandelsgesetz, BEHG, werden seit 2021 zur Senkung der EEG-Umlage verwendet. Als Gegenstück zur Belastung in den Sektoren Wärme und Verkehr sollen so die Strompreise entlastet werden. Für 2022 beträgt der Bundeszuschuss rund 3,3 Milliarden Euro. Dadurch wird die Umlage umgerechnet um 0,9 Cent pro Kilowattstunde entlastet. Das heißt, mit jedem Liter Sprit oder jedem Kubikmeter Gas, den ihr verheizt, fördert ihr die erneuerbaren Energien. Und das finde ich gut so. Wie sehen aber jetzt die Zukunftsperspektiven aus? Wird wenigstens dieser Teil bis 2045 immer teurer? Nein, da muss ich euch schon wieder enttäuschen. Auch bei den direkten EE-Förderungen werden die Kosten Jahr für Jahr immer weniger und das ganz automatisch. Schauen wir dazu einfach weiter in dem Papier des Wirtschaftsministeriums und auf den folgenden Grafen. Das sind die durchschnittlichen Einspeisevergütungen für PV-Anlagen bzw. deren Entwicklung über die Jahre. Man sieht da leicht den fallenden Trend. 2004 gab es die Höchstförderung, diese Anlagen bekommen ab nächstem Jahr nur noch die jetzt gültige, also viel niedrigere Einspeisevergütung. Und so sinkt der Schnitt allein über die Jahre, ganz automatisch. Hinzu kommt, dass jede neue Anlage ja auch nur noch maximal 8,5 Cent bekommt, sodass jedes neu angeschlossene Solarpanel und jedes Windrad die Durchschnitte weiter senkt. Bei einem Börsenstrompreis von mehr als 8,5 Cent machen die Stromanbieter heute schon mit Neuanlagen ein Plus. Und ich bin mir sicher, in 2045 wird sich der Arbeitspreis irgendwo in diesem Bereich eingependelt haben. Das heißt, Förderung der Erneuerbaren dann genau null. Alles andere würde auch keinen Sinn ergeben, denn wir haben dann ja praktisch, bis auf ein paar wenige Notfallgaskraftwerke, nur noch Erneuerbare am Netz. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Der Punkt, der eigentlich ich am meisten oder fast alle eigentlich am meisten kritisieren, an Erneuerbaren, ist halt einfach, sie sind halt nicht konstant zur Verfügung oder sie passen sich halt nur zum Teil an das an, wie wir Strom verbrauchen. So Leute, dazu gehen wir mal zum Fraunhofer-Institut und dort kann man quasi die Ausbauziele 2030 sich simulieren lassen. Das ist jetzt die normale Durchschnittswoche. Also noch nicht einmal Winter genommen oder sonst was und ihr seht, es ist dann also im Durchschnitt so, dass wir hier zum Beispiel teilweise 136.000 Megawatt produzieren, aber nur 103.000 verbrauchen. Das heißt, das ist das, was wir speichern müssen in was auch immer. Um das zu glätten, reden wir hier teilweise von 31.000 Megawatt, die wir hier quasi dauerhaft für mehrere Stunden speichern müssen. Also da brauchen wir eine ganze Menge. Ob das dann H2 ist oder sonst irgendetwas oder Wasser oder sonst was, wir müssen das irgendwo speichern, sonst haben wir ein fettes Problem. Eigentlich brauchen wir da nicht Rätselraten. Denn auch zum Thema Speicherung haben sich die Ersteller des Netzentwicklungsplanes Gedanken gemacht. Und wie auch bei den meisten Befürwortern der Energiewende spielen Batteriespeicher eine ganz wesentliche Rolle. Ich zitiere mal. Batteriespeicher liefern einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung von Flexibilität im Stromsystem, indem sie wetterbedingte Schwankungen in der Einspeisung erneuerbarer Energien ausgleichen. Dazu findet sich dann noch eine Tabelle, in der für unser Szenario 2045b eine Speicherleistung von 141 Gigawatt vorausgeplant wird. Weiterhin gehen die von einer Kapazität von 2 Gigawattstunden pro installierter Gigawattstunden Leistung aus, sodass wir 282 Gigawattstunden in Batterien speichern können. Hierbei sind die Autos, die ich bekanntermaßen auch als Zwischenspeicher sehe, nicht berücksichtigt. Zusätzlich sollen die Pumpspeicherkraftwerke auf 12,2 Gigawatt ausgebaut werden, was ungefähr 50 Gigawattstunden Kapazität ergeben sollte. Ganz ohne konventionelle Kraftwerke werden wir nicht auskommen. Im NEP sind das neben den Mülleizkraftwerken, die in Betrieb bleiben, auch Gaskraftwerke. Stefan macht zu denen folgende Rechnung auf. Ich habe euch hier mal diese Berechnung zum Kohleausstieg gemacht, mache ich jetzt nicht ganz durch. Da habe ich ein Video dazu gemacht. Da bin ich drauf gekommen, nehmen wir, dass uns 35 Gigawatt fehlen. Und dafür brauchen wir 118 Gaskraftwerke mit 0,3 Gigawatt, also mit 300 Megawatt, wo eines rund 300 Millionen kostet. Diese 35 Gigawatt finden sich auch im Netzentwicklungsplan für 2045. Allerdings nicht als Zusatz, sondern Gesamtbedarf an Erdgas- beziehungsweise Wasserstoffkraftwerken. Schauen wir uns gleich noch an, machen wir erstmal eine lustige Gegenrechnung. Die 118 Gaskraftwerke zu je 300 Millionen. Nur so am Rande, es ist gerade in Bayern, gerade so ein Notfallkraftwerk mit 300 Megawatt in Betrieb gegangen und hat 260 Millionen gekostet. Aber sei es drum. 118 Stück mal 300 Millionen macht 35,4 Milliarden Euro. Eine ganze Stange Geld, aber dafür haben wir dann auch 35,4 Gigawatt Reserveleistung. Was können wir für 35,4 Milliarden auch bauen? Genau ein Atomkraftwerk mit zwei Meilern, wie zum Beispiel Hinkley Point C in Großbritannien. Das wird vermutlich, wenn es fertig ist, sogar noch etwas mehr gekostet haben. Und welche Leistung könnte uns das maximal zur Verfügung stellen? Na, wer weiß es? Es sind etwa 3,2 Gigawatt und damit nicht mal ein Zehntel dessen, was die Gaskraftwerke leisten. Oder anders ausgedrückt, kostet so ein AKW-Gigawatt mal eben mehr als das Zehnfache eines Gas-Gigawattes. Wir brauchen aber gar nicht so viele Gaskraftwerke neu zu bauen. Wenn wir mal schnell auf smart.de schauen, dann sehen wir, dass aktuell 31,8 Gigawatt an Gaskraftwerken vorhanden sind. Ja, das sind auch konventionell mit Erdgas betriebene Kraftwerke, aber die ersten werden nun schon Hartzwo-Ready gemacht, wie zum Beispiel in Hamm. Aber gehen wir von mir aus davon aus, dass auch deren Umbaukosten jeweils 300 Millionen betragen, sodass wir bis 2045 besagte 35,4 Milliarden ausgegeben haben. Dann hätten wir jährliche Baukosten von 1,54 Milliarden, die wir nun wieder auf die Nutzungsdauer unserer Gaskraftwerke verteilen müssen. So als nur für den Notfall und Reservefälle vorgesehene Gaskraftwerke konnte ich keine Daten finden. Ein normal im Betrieb befindliches hält irgendwas zwischen 30 und 35 Jahren. Setzen wir von mir aus nur 30 Jahre an und machen die gleiche Rechnung wie vorhin bei den Netzausbaukosten. Das heißt, ich verteile die Kosten auf eben diese 30 Jahre und schlage noch 10 Prozent für Wartung und Finanzierung drauf. Dann kommen wir auf 56.434.783 Euro pro Jahr bezogen auf unsere 180.610 Gigawattstunden beträgt der Kostenanteil im ersten Jahr 0,03 Cent pro Kilowattstunde. Im Jahr 2045 hat sich die jährliche Belastung dann auf 1,298 Milliarden Euro erhöht, die auf 1106 Terawattstunden verteilt, erhöhen die Kosten pro Kilowattstunde auf gigantische 0,12 Cent. Sprich, wir reden hier von Nummer 35 Milliarden nur für Gaskraftwerke. Das sind für die nächsten Jahre 4,4 Milliarden Euro. Das erhöht nun mal das Ganze um 2,5 Cent und wir sind bei 34 Cent. Wie gesagt, für mich vollkommen falsche Herangehensweise bei der Berechnung, ich muss, wenn ich meine Kosten ermitteln will, immer die Nutzungsdauer berücksichtigen. Und die wäre bei dieser Rechnung genau ein Jahr, was mir für ein flub neues Gaskraftwerk irgendwie etwas wenig erscheint. So, wenn wir hier beim Fraunhofer-Institut bleiben, dann seht ihr, dann müssen die quasi mal 37.000 Megawatt übernehmen. Sehe ich anders. Mit den Kurzzeitsspeichern sind die Batterien gemeint. Die Elektrolyseure sind eher für die mittel- und langfristige Speicherung gedacht. In dem gezeigten Modell des Fraunhofer-Instituts steht die Elektrolyse explizit über den Kurzzeitspeichern. Der Netzentwicklungsplan geht von 50 Gigawatt an Elektrolyseurenbedarf aus. Also wir haben quasi 37.000 Megawatt, das sind 24,5 Millionen in acht Jahren, das sind drei Millionen im Jahr. Es ist jetzt nichts dramatisch, wirkt sich ja nicht wirklich auf den Preis aus. Aber Freunde, es kommt noch einer. Da war jetzt ein kleiner Fassplan mit den Einheiten drin. Wenn wir die 663 Euro pro Kilowatt mal den 50 Gigawatt, die der Netzentwicklungsplan vorsieht, nehmen, kommen 33,15 Milliarden Investitionssumme raus. Gehe ich davon aus, dass die wie die Gaskraftwerke etwa 30 Jahre halten, so haben wir aktuell einen Kostenanteil von 0,03 Cent pro Kilowattstunde, der sich bis 2045 auf 0,11 Cent erhöht. Und dazu müssen wir einfach mal in den Bericht von der Bundesnetzagentur schauen über die Verteilernetze. Im Gegensatz zu den großen Trassen quer durch Deutschland, die wir uns am Anfang schon angeschaut haben, bilden die Verteilernetze die regionale Strominfrastruktur. Also tatsächlich die Leitungen zu den Niederspannungs-Trafos und zu den Häusern. Auch da muss natürlich was passieren, damit wir unsere Autos laden können, unsere Wärmepumpen laufen und unser überschüssiger Solarstrom der Allgemeinheit nutzbar gemacht werden kann. Die Bundesnetzagentur kommt also jetzt für Kosten bis 2032 von 42 Milliarden Euro extra vor Ort, um unsere Verteilernetze auszubauen. Also ob das dann alles auch so funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Das ist die Planung jetzt aktuell, von der ich rechne. Und das bedeutet, das haben pro Jahr ungefähr 5 Milliarden Euro an Kosten für die Verteilernetze vor Ort. Das würde sich natürlich, wenn man es auf Wind und Solar umlegt oder beziehungsweise auf die Energiewende umlegt, mit 2,6 Cent pro Kilowattstunde ausrechnen. Wie gehabt, wenn ich die Kosten für Investitionen errechnen will, muss ich die auf die Laufzeit verteilen. Gehen wir auch bei den Verteilnetzen von 50 Jahren Nutzungsdauer aus, so beträgt deren Kostenanteil derzeit 0,05 Cent pro Kilowattstunde und erhöht sich bis 20,45 auf 0,08 Cent. Und damit kommen wir auf den Endpreis von 36,7 Cent pro Kilowattstunde. Tja, und wo lande ich? Summieren wir die Werte doch einfach auf. Wir haben 7,5 Cent als reine Stromgestehungskosten. An dieser Stelle noch ein kleiner Einschub, warum ich auch 20,45 noch 7,5 Cent Gestehungskosten ansetze, obwohl allein über die größer werdenden Windkraftanlagen der Strom immer günstiger werden wird. Wir haben bisher die Batteriespeicher noch nicht betrachtet und diese sollen immer Bestandteil von größeren Energieerzeugungsanlagen sein, sodass ich die jetzt dann quasi über die Gestehungskosten mit in den Strompreis reingerechnet habe, damit die auch abgebildet werden und mir nicht hinterher einer sagen kann, ich hätte die ganzen Batteriespeicher vergessen. Dazu kommen 2022 1,5 Cent für die Redispatches, die sich beim Endausbau in 20,45 auf 0,07 Cent reduzieren. Dann haben wir den Stromnetzausbau, der in 2022 mit 0,13 und 20,45 mit 0,5 Cent zur Buche schlägt. Die EEG-Förderungen sind derzeit mit 8,5 Cent tatsächlich ein nicht zu vernachlässigender Punkt, der aber, nachdem die Energiewende vollzogen wurde, komplett wegfällt. Dann haben wir die Reserve Gas- oder Wasserstoffkraftwerke, deren Anteil beträgt heute 0,03 Cent pro Kilowattstunde und steigt bis 20,45 auf 0,12 Cent. Für die nötigen Elektrolyseure zur Wasserstofferzeugung müssen wir heute mit 0,03 Cent Aufschlag kalkulieren. Sind die dann tatsächlich alle gebaut, steigt es auf 0,11 Cent pro Kilowattstunde. Zu guter Letzt noch der Ausbau der Verteilnetze, der wie auch der Ausbau des Übertragungsnetzes eigentlich sowieso stattfinden müsste, aber Kosten verursacht es halt und zwar 0,05 Cent heute und 0,08 Cent in 20,45. In Summe lande ich dann bei 17,59 Cent Gesamtkosten für Erneuerbare in 2022. An dieser Stelle noch ein weiterer Einschub. Diese 17,59 Cent bedeuten jetzt Vollkosten. Das heißt, da kämen eigentlich nur noch die Steuern oben drauf und dann hätten wir unseren Endstrompreis. Das heißt, inklusive Steuern, inklusive allem, legen wir dann bei maximal, ich sag mal, 25 Cent, den der Strom bei uns eigentlich kosten dürfte, wenn er ausschließlich aus Erneuerbaren erzeugt wäre, jetzt in diesem Jahr. Schaut gerne auf eure eigenen Stromrechnungen. Ihr werdet sehr viel mehr zahlen, weil wir halt noch nicht alles nur aus Erneuerbaren haben. Und 8,38 Cent in 20,45. Für mich sieht das jetzt schon so aus, als stünde ein Plan dahinter. Denn das ist ja etwas, was in letzter Zeit auch oft behauptet würde, dass wir komplett planlos unterwegs wären. Ihr könnt ja jetzt schon mal kurz eure Meinung dazu schreiben, welche Zahlen euch richtiger erscheinen. Die von Outdoor-Stefan oder meine? Das würde mich jetzt gerade schon sehr interessieren. Aber für ein Fazit ist es jetzt dann doch noch zu früh, denn jetzt kommt etwas völlig hanebüchenes. Bleibt einfach dran. Wenn man da noch jemandem erzählt, okay, Atomkraft ist teurer, dann schaue ich hier mal bei der Schweizer Kernenergie vorbei und die sagen selber, aus dem Geschäftsbericht 2021, also ein Warenbericht ist im Betrieb, Kernbrennstoff, nukleare Entsorgung, natürlich Energiewindstilllegung, ist dort alles mit einkalkuliert. Und die kommen auf 4,31 Rappen pro Kilowattstunde. Momentan kann man ja fast eins zu eins umrechnen, das heißt, wir reden irgendwo von 4,3 Cent pro Kilowattstunde. All inclusive. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, was ich euch vorher schon gesagt habe, der kommt zum Beispiel bei, so wie unsere AKWs, die abgeschrieben waren, auf 29 Dollar je Megawattstunde. Also irgendwo, sage ich mal, drei Cent pro Kilowattstunde. Der wäre also sogar noch günstiger. Ihr fragt euch jetzt, was daran Hanebüchen sein soll, wenn doch die Schweizer Atomlobby und der Wissenschaftliche Dienst des Bundes solche Zahlen veröffentlichen? Nun ganz einfach. Wir sprachen hier die ganze Zeit über Neubauten. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass unsere AKW geplant 2028 je vom Netz gemusst hätten. Und selbst mit einer Laufzeitverlängung auf 50 Jahre wäre Schluss gewesen. Aber machen wir von mir aus so eine Milchmädchenrechnung und nehmen meine PV-Anlage auf dem Firmendach. Die ist dort seit 2010 installiert. Wir mussten damals sogar einen Obolus an den Versorger für einen neuen Anschluss bezahlen. Aber das Ding ist seit Jahren komplett abbezahlt. Die einzigen Kosten, die ich habe, sind Rückstellungen für einen möglicherweise kaputtgehenden Wechselrichter. Bisher ging nur ein einziger in der Garantiezeit kaputt, aber sagen wir von mir aus, ich müsste alle zehn Jahre einen neuen für 2.000 Euro kaufen. In der Zeit hat die Anlage 300.000 Kilowattstunden eingespeist. Ich habe also kalkulatorische Kosten von 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Ach ja, und 19 Euro im Monat für den Zähler. Die Stromgestehungskosten meiner Anlage liegen also locker bei einem Viertel eines Uralt-Atomkraftwerkes. Und das schon bei diesen extrem geschürten Werten für die AKW. Wir hatten ja vorhin schon mal das Beispiel Frankreich. Hier noch etwas aus einem anderen Bericht. Erst im August stiegen die Preise von EDF, dem staatlichen Stromkonzern, abermals um 10 Prozent an. Schon im Frühjahr zhalten Franzosen und Französinnen von einem Tag auf den anderen 15 Prozent mehr. Das klingt nach viel, ist aber noch weit entfernt von dem tatsächlich notwendigen Preis für den Atomstrom. Die staatliche Regulierungsbehörde, CRE, berechnete vor wenigen Wochen, dass die Preise eigentlich um 75 Prozent steigen müssten, um die realen Kosten zu decken. Die Differenz zahlen die französischen Bürgerinnen und Bürger natürlich trotzdem. Sie finanzieren über andere Abgaben letztlich die durch den Staat niedrig gehaltenen Preise. Wie gesagt, das kommt von der französischen Regulierungsbehörde, quasi deren Bundesnetzagentur und nicht von irgendwelchen Umwelt- oder Anti-Atom-Organisationen. Atomstrom ist immer sau teuer, wird aber künstlich-staatlich verbilligt, um das Volk ruhig zu halten. Noch viel schlimmer wird es bei Neubauten. Was kosten neue AKW pro Kilowattstunde? Und da können wir einfach auf der Seite bleiben, die Stefan da netterweise auch schon gelb markiert hatte. Die LCOE für nukleare Energie betragen zwischen 131 und 204 Dollar pro Megawattstunde. In der ganz aktuellen Version kommt die Firma Lazar schon auf 141 bis 221 Dollar. Und wir dürften hier in Deutschland dann wohl eher am oberen Ende liegen. Eine Kilowattstunde Strom aus einem neuen Atomkraftwerk kostet also mal eben 15 bis 20 Cent pro Kilowattstunde. Das Beispiel mit den garantierten 15 Cent in Hinkley Point C hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Und einige der bisher genannten Kosten für Netzausbau und Verteilernetze zum Beispiel bräuchten wir ja dennoch. Es sei denn, es glaubt tatsächlich irgendjemand daran, dass wir 2045 noch mit Verbrennern fahren und mit Gas heizen. Interessant wird, dass auch Stefan nun endlich die zeitliche Komponente, sprich den Netzausbau, berücksichtigt. Wenn ich mir das nämlich anschaue, was bis 2030 noch an Wind und Solar zugebaut werden soll, wobei ich Solar, der wir momentan völlig überflügeln, da bauen wir mehr zu Wind, haben wir momentan gut im Hintertreffen. Also ob es so kommt, weiß man jetzt nicht. Dort ist es ja dann so, dass wir im Gestatt die 180 Terawattstunden 428 Terawattstunden produzieren. Und wenn ich da natürlich diese ganzen Kosten umrechne, bin ich dann auf 21,3 Cent. Das heißt, selbst mit den zuvor falschen Kostenkalkulationen ist selbst bei ihm der Strom aus Erneuerbaren ziemlich glatt auf dem gleichen Niveau wie Atomstrom beim Neubau. Macht man die Investitionskostenrechnung kaufmännisch richtig, ist Atomstrom viel und war sehr viel zu teuer. Und damit geht ein zugegeben sehr langes Video zu Ende. Ihr habt nun zwei sehr unterschiedliche Berechnungsansätze, basierend auf den identischen Basen. Und es liegt jetzt an Euch, die zu bewerten und zu entscheiden, welche Werte Ihr für plausibler haltet. Am allerbesten wäre natürlich, wenn Ihr die sogar selber nachrechnet, um Euch selbst ein Bild zu machen. Ich persönlich bleibe dabei. Der eingeschlagene Weg ist der richtige. Ja, es wird Länder geben, die bessere Bedingungen für Erneuerbare haben als wir. Und es wird auch weiter Länder geben, die Strom subventionieren und damit scheinbar günstiger sind als wir. Im Endeffekt haben wir uns aber auf einen Weg gemacht, der uns in eine hohe Unabhängigkeit zu durchaus bezahlbaren Strompreisen führt. Und uns vor allem aus den Klauen der Öl- und Gastlieferanten befreit. Und das ist aus meiner Sicht äußerst begrüßenswert. Das findet jedenfalls heute. Euer Stefan Lenz und der Öl- und Gastlieferanten befreit. Und das ist aus meiner Sicht äußerst begrüßt. Und das ist aus meiner Sicht äußerst begrüßt. Und das ist aus meiner Sicht äußerst begrüßt.